Wir brauchen Frauen in der Politik, weil wir es ganz gerne vielseitig haben, es vor allen Dingen auch vielseitig brauchen. Wir brauchen es kreativ und vor allen Dingen emotional. Mein Name ist Kirsten Brun. Ich bin ehemalige paralympische Schwimmerin. Ich hatte das Glück, dreimal bei paralympischen Spielen jeweils Goldmüll nach Hause zu nehmen. Wir brauchen Frauen, wir brauchen Männer und das in ausgewogenem Verhältnis. Und dann, wenn es geht, auch noch in verschiedenen Alterskategorien, sodass also wirklich alle Bereiche bedient werden können. Wir sind alle willkommen und wir möchten uns auch alle wohlfühlen in der Gesellschaft und von der Politik auch gesehen werden. Und deswegen brauchen wir auch die Balance 50-50.